Körbi! 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 Körbi ist ja auch ein Pokémon, oder? Körbi! Körbi! Das vergessene Land! Was ist das denn? Tamimba! Tamina, was gibt's? Hi Sterzig! Na, wie gefällt dir das, was du gerade gesehen hast? Naja, ich hab ja wild geträumt von Körbi und das vergessene Land. Erinnerst du dich damals? Ja, ich bin ja jetzt wieder aus dem Gefängnis frei, nachdem du mich eingebuchtet hast. Und ich dachte, wir machen uns einen schönen Tag zusammen. Ich steh auch vor der Tür, weil irgendwie geht die Klingel nicht mehr. Ach, die Klingel vom Apartment? Ach, da muss ich jetzt mal gucken, wo der Buzzer ist. Dann lass ich dich natürlich rein, liebe Tamina. Klasse! Vielen Dank! Warte! Dankeschön! Sekunde! Ich drück auf den Buzzer, müsst jetzt buzzern! Okay, Moment! Ja! Ah, nein! Jetzt die Rolltreppe! Ach so, ja! Hat sich jetzt geändert. Einmal die Rolltreppe hoch. Okay! Wo bist du jetzt? Die ist lang, ne? Ja! Und dann in den Nordflügel! Okay! Und jetzt müsstest du einen Mann in einem Rollator sehen! Und da gehst du einfach rein und da müsste mein Studio drin sein. Tamina! Tamina! Wie geht's dir? Krass! Ja, also die Zeit im Gefängnis, ähm, hat mich verändert. Ja? Warum warst du im Gefängnis? Weil du mich ja hast warten lassen letztes Mal tatsächlich. Da war was. Ja! Schönen guten Tag! Ja, ja, ähm, genau. Hausfriedensbruch. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Warum macht ihr Handschellen? Nein! Nein, lassen Sie nicht! Nein! Nein! Tamina, ich hab ein paar Fragen. Ja? Es ist ja normalerweise alles vorbereitet. Wir haben bestimmte Spiele. Mhm. Und da war ich natürlich kauflustig und hab mir gesagt, ach Mensch, die 50 Euro, die steck ich Nintendo doch gerne in den Rachen. Ja. Aber ich war ja zu faul, um Kirby Stream XY einzugeben. Deshalb hab ich einfach Kirby eingegeben. Es gibt hier fünf, ne, vier verschiedene Kirbys, die wir ja noch niemals angerührt haben. Das ist ja klasse. Haben wir ja noch vier weitere Videos vor uns. Das ist ja toll. So. Und jetzt dachte ich mir so, ich mein Kirby Stream, wir können ja mal in den Trailer reinschauen. Ja! Ist ja schon mal schön. So. Hier wird ja richtig hart gefightet. Und ich dachte mir so, krass, das ist ja so ein richtiges PvP-Ding. Mhm. 60 Euro. 60 Goldduplo. Und dann dachte ich mir, was ist denn Super Kirby Clash? Ah, perfekt. So, pass auf. Hugo, Alex, Maria und Lisa. Warum soll ich jetzt Kirby... Du willst, du bist, du arbeitest safe bei Nintendo. Schön wär's. Du willst jetzt, dass ich 60 Euro für ein Spiel ausgebe, was ich hier auch gratis bekommen würde. Okay, also hol ich jetzt Kirby's Return to Dreamland. Aber das Ding ist halt, jetzt müssen wir halt bestimmt so eine solide halbe Stunde bis Stunde warten, bis die Scheiße installiert ist. Ach, Quatsch. Never. Kaufe dieses Spiel, es lädt runter und währenddessen schaue mir in den anderen rein. Okay. Ich mag ja sehr, mit dem Videospiele zu spielen. Ja? Ja? Macht Spaß? Immer wenn wir zusammen spielen, hab ich immer sehr viel Spaß. Das freut mich doch. Mann, sind das viele Profile. Ich wünschte, ich hätte so viele Freunde. Die hab ich alle selber erstellt, damit ich denke, ich erfreunde. Oh. Muss ich vorlesen? Ja. Du bist heute Geschichtenerzählerin. Weiter komm ich ja gar nicht. Vor langer, langer Zeit in einem Reich weit, weit entfernt gab es das friedliche Land Dream Kingdom. Eines seltsamen Tages begann Hornramm die Küste zu verwüsten. Und so brach Team Kirby auf, um den Königreich den Frieden zurückzubringen. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Grüße dich, Rosa Fremder. Rosa Linde. Ich glaube, du musst hier gerade noch mit beiden irgendwie spielen. Okay, also bin ich jetzt erstmal noch alleine. Kann ich hier was einstellen? Vielleicht. Kannst jetzt hier ... Ich glaube, du musst Multiplayer aktivieren. Und wie? Weiß ich nicht. Ich muss doch auf Missionen gehen? Ich weiß es doch auch nicht. Stand da überhaupt, dass es Multiplayer ist? Ja, offensichtlich. Man kann ja zwei Controller. Du hast recht. Aha. Wähle eine Mission und stürze dich in den Kampf. Das klingt doch krass. Ja, aber irgendwie ... Ah! Da bist du. Warte, wie kann ich hier mich eindingsen? Umstellen? Auf mich hat das den Eindruck gemacht, als wäre es jetzt einfach so ein ... Okay. Hä? Aber ich beweg mich nicht. Ich kann mich ... Ah, doch hier. Du bist nur sehr langsam. Hä? Aber ich beweg hier hin und der geht einfach komplett in die andere Richtung. Nee, der greift automatisch an. Echt? Ja, ich mach nichts. Der geht da automatisch hin. Kriegen wir es hin. Jetzt entspannst du dich erstmal. Ich mach doch gar nichts. Mir geht super. Du kannst ja auch nur eine Gruppe erstellen. Und irgendwie ... Also da steht ja nichts mit mehr Spielern in dem Sinne. Spieler mit Spielern. Herzlich willkommen in meiner Gruppe. Ich hab trotzdem nichts. Okay. Ja, ja. Pass auf. Ja, ich beweg mich. Yippie! Töte ihn. Ich kann das nicht so fassen. Du schaffst es. Gut gemacht. Aber ich prüge richtig auf ihn ein. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wo ist denn jetzt der Sinn der Sache. Weißt du? Das frage ich mich tatsächlich auch. Also im Leben halt, ne? Oh, ich bin in Gefahr. Nevermind. Wir spielen jetzt gleich den 60-Euro-Vergleich. Darauf freue ich mich sehr. Aber das jetzt macht ja auch schon sehr viel Spaß. Ich hab so viel Freude. Im Leben. Willkommen zurück! Danke, dass du Hornrahm besiegt hast. Leider gibt es immer noch eine Menge Feine, die in unserem Land herum blüten. Na, klasse. Wie so ein deutscher Rentner. Ja, ja. Wie kannst du Waffen kaufen? Damit steigt dein Angriffswert. Und das ist gut. Und das ist gut. Wenn du die Feinde ausrotten willst. Und das ist gut. Und das ist gut. Aber das verstehe ich nicht. Warum ist dieses Spiel jetzt kostenlos und das andere kostet 60 Euro? Ich weiß es nicht. Er hat mit dem Arsch gewackelt! Wow! He's twerking! Los! Bidget Finna! Alter, wir sind so langsam. Oh! Bellyflop! Die haben nicht! Damn! Er hat schon wieder mit dem Ass geshakt. Macht den doppelten Triple Whopper Kickflop. Kickflip 6000. Mach den Triple Whopper Kickflip 6000. Ich bin nicht! Chokeslam! Aber er ist so süß! Eisbär ist wütend! Nein! Bro, du schläfst? Ja, ich bin, ich bin dead. Wenn wir jetzt am zweiten Level verkacken mit einem Kinderspiel wäre das ultra peinlich. Ja, ich bin raus. Ich hab dich wiederbelebt. Wie hast du das gemacht? In der hab ich es letztlich noch keine Ahnung. Oh, er ist low. Er leuchtet rot. Der stirbt gleich. Seine Eingeweide werden auf der Straße liegen. Er hat mich verschluckt. Alles gut. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn und seine Familie. Er hat mich komplett weggeballert. Alle Steintafeln gesammelt. Achso, wir müssen die Steintafeln sammeln, um uns zu besiegen? Wow. Alter. Er ist tot. Hi. Jesus Maria. Oh hoppala. Ich glaube, das Problem ist, es ist pausiert. Warum pausiert das? Ja, ich glaub, wir müssen jetzt 21 Minuten warten. Wie kann ich das schließen? Ja. Ja, wollen wir uns was zu trinken holen? I guess, ja? Soll ich hier sitzenbleiben? Nee. Wir gehen einfach. Wir gehen jetzt einfach. Ich filme das für euch mit, Freunde. Klasse. Ne Vlog. So Tamina, dann holen wir was zu trinken. Wir wollen uns was zu trinken. So kannst du vorgehen. Klasse. Ich zeig euch, wo ihr was zu trinken findet. Dann. Ich bin reinruziert. Boah, da hinten sind Snacks. Wo, wo? Da hinten sind Snacks. Ich dachte, du springst drauf. Renn, renn, schnell, schnell. Ich hab den Gummibärchen mitgebracht. Klasse. Dankeschön. Yippie. Spreequell? Regional. Klimaneutral. So, jetzt hol ich noch Gläser. Das war jetzt mal. Hier. 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 TKI. Oh. Das wurde seit der Weihnachtsfeier nicht mehr sauber gemacht. Nein. Hier. 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 Hast du dir die Aufnahme so vorgestellt? Nein, tatsächlich gar nicht. Ich dachte, du wärst vor... ich meine... Nee, ist schon richtig. So, ich reinige dieses Glas. So. Mann, ist das sauber. Ein bisschen sauberes Glas. Ich bin so excited, gleich was zu trinken. Na? Alter, und? 39 Prozent! Heiliger Wimpern! Ach, die zehn Minuten kriegen wir auch noch rum. Ah! So! Woohoo! Gaming time! Jetzt gehen wir rein hier in die Scheiße. 60 Euro! Let's go! Ey, stell dir vor, das sind Ferien. Sommer beginnt. Wir haben richtig Bock. Okay. Wir haben, weißt du, Eltern sind im Urlaub. Wir haben kein Essen zu Hause. Wir sind kurz vor dem Verhungern. Aber wir haben Kirby's Dreamlight, irgendwas. Return to Dreamland Deluxe! Oh mein Gott! Das wird so eine tolle Sommerferien! Yay! Hauptmodus! Lustiges Magoland! Der Haupt... Ach, Tamina! Ja! Toller Screenshot! Schhhh! Alles gut! 60 Euro, ne? 60 Euro! Verstehst du irgendwas, was gerade passiert? Nö! Hier, jetzt kannst du beitreten. Drück mal L-S, genau. Pssst! Oh, wer kann das sein? Meta Knight! Doodle Assistent! Weedle! Woooo! What is that? Die Kekskulisse! Yeah! Yeah! So, jetzt gehen wir rein. Endlich sind wir im Spiel. Ding Dong! So, okay, was machen wir jetzt hier? Wir laufen! Jump and Run! Das ist wie Mario! Echt? Ich kann meinen Speer werfen. Oh, wir können sucken. Du kannst sucken. Ich kann meinen Speer werfen. Warte, ich suck den richtig, den Kerl. Hier! Komm in meinen Mund! Das ist klasse! Wir beide hier auf dem Abenteuer. Schön! Wow! Kirby liebt es zu saugen. Tatsächlich tut er das! Sü! Au, ey! Komm mal rein hier in die Scheiße! Warte! 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 Sü! War es das schon? Nee, es geht weiter, glaube ich. Nächste Stage. Oh, den darf ich nicht einsaugen, oder? Klar! Alles wird eingesaugt. Hör auf, mich einzusaugen! Joink! Yee, wieder raus hier! Geil. Oh. Ein böser Mann. Ist das Link? Holy shit. Du hast das Ultraschwert. Aber es läuft ab, die Zeit. Hackbeil. Oh mein Gott. Sie sind tot. Sie landen in der Hölle. Da wollte ich nicht lang. Ich schon. Das ist bestimmt was drunter. Oh mein Gott, wir müssen drin. Ja, wir müssen los hier. Tamina, bitte warte. Ich bin rund und körbig. Mein Gott, ist dieses Spiel einfach. Yippie. Ja. Ja. Wuh. Ich habe das Gefühl, wirklich, der zweite Spieler kann halt gar nichts. Ich habe auch den Lowlife ausgewählt. Ich könnte mal Meta Knight oder so nehmen sollen. Oder König. Werdet dies Nuts. Maaann. Du, das ist ein Apo-L.D. Birgie. Birgie. Der kommt gefährlich. Oh. Ha, 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 hopp. Hast du die immer ordentlich durch? Oh. Oh, du hast die Power abgelehnt. Oh. Jetzt hast du diese Späne. Warum? Ist doch süß. Ich habe viel Spaß. Ja. Alter. Ja, Mord. Let's go. Ja, wie begeht es Kriegsverbrechen. Perfekt. Bald ist es das letzte Zahnrad. We need to get it. Yippie. Woo. Ja. 60 Euro. Let's go. Also man geht einfach wie bei Mario jetzt von Dings zu Dings wahrscheinlich. Und dann war es das. Ja. Lustiges Mangoland ist verfügbar. Ey, dann lass doch mal ins lustige Mangoland. Magoland. Ja. Magoland. Zurück zum Besuch von oben. Lustiges Magoland. Woo. Woo. Hey Kirby, willkommen im lustigen Magoland. Ich habe seit sechs Tagen nicht geschlafen. Haha. Juhu. Du bist einfach Waddle Dee. Turn up. Davalin. Was wollen wir zocken? Samurai Kirby? Oh, wow. Was haben wir noch? Ninja Scheiben schießen? Oh. Alter, genau 93 beide. Alter, not bad. Okay, also das ist jetzt im Prinzip wirklich einfach nur Minispiele. Ja. Weiter drücken. Okay. Wir haben richtig reingeschissen. Ah, das war nicht so gut. Wir haben richtig reingeschissen. Das war gar nicht so gut tatsächlich. Ei, 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 ei. Ah, lass doch, lass doch das auch. Let's go. Oh. War es das? Ja. Das war es. Ich habe in einem Pokémon gewonnen. Haha. Ich gebe noch eine neue Schwierigkeit. Oh, Meister direkt. Du gehst auch direkt auf Meister. Pass auf, wir machen es jetzt so. Wir spielen jetzt nochmal eine Runde Meister. Und danach... Nein, ich kann nicht mehr. Okay. Ach du Scheiße. Aber du bist schon wieder krasser gewesen, oder? Ja. Bin ich wieder dahinter? Nein, ich habe wieder neben geworfen. Schade. Oh. Okay. Ja, ich glaube, du hast gewonnen. Gerollt habe ich dich. Willst du was sagen? Danke für die Einladung. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja, 60 Euro, würde ich sagen, ist nicht wert. Also 60 Euro. Für mich ist das so ein 30-Euro-Spiel. Ja. Ich gehe da mal, ne? Wir sehen uns, ne? Ja. Tschüss. Wir sehen uns, wie du bist. Bis zum nächsten Mal.